Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es Live Lion 91, Twitch Prime, Dankeschön Nicht so viel Money mein Lieber Wenn nicht mit Pulli, dann mit der Pumpgun Damit das klar ist, aktuelle Zuschauerzeit 1500 Es ist ein Wochentag, ja es ist ein Wochentag Der Stream ist gerade an und wir haben 1500 Zuschauer Wie geil seid ihr eigentlich? Wollt ihr überhaupt was anderes sehen außer meinem Gesicht? Seid mal ehrlich, Zuschauer Ihr wollt doch nur dieses Gesicht sehen, ihr wollt doch gar kein Fortnite sehen Kann den Chat gar nicht lesen Urlaub ist da, ja man Heute Ferien, oh geil, wünsche ich euch Schön, ich wünsche jedem der Ferien hat Urlaub irgendwie über die Feiertage Das ist doch das geilste Ich freue mich für jeden, der jetzt irgendwie Urlaub hat und dann erst wieder im nächsten Jahr arbeiten muss Sehr, sehr geil, wünsche ich jedem ein bisschen Auszeit Das tut uns auch gut, besonders jetzt über Weihnachten Ich merke immer so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob euch das jetzt so geht, ne? Aber bei mir ist das zum Beispiel so Ich merke, die Leute sind so vor Weihnachten, ne? Komplett angespannt Die sind, äh, komplett so, hm Hope 3512 Danke für den Twitch Prime Hallo Möwe Ich merke richtig so, die Leute sind vor den Feiertagen immer so sehr, sehr angespannt Das finde ich immer ein bisschen, ein bisschen schade, ein bisschen nervig Und wir sollten los in die Zone Ab jeden Fall muss, äh, muss ich zum Zahnarzt alles versaut Ach! Mein, mit wem soll ich zocken? Mein Cousin ist in Australien Urlaub Ah, Fortnite Man findet immer jemanden, der Fortnite da denn kann Einfach mal rumfragen Wie gesagt, vergisst nicht Host kam ein, von wem? Von wem? Wer hat gehostet? Wer, 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 wer Wer hat gehostet? Oh, Marcel Marcel, du hast aufgehört zu streamen Marcel Vielen, vielen Dank für deinen Host, mein Lieber Hab dich vorhin gehostet, ja taustest du zurück, ne? Geiler Stück Marcel, wir zocken auch nochmal gerne zusammen Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream Willkommen an deine Community Danke, dass du mir deine Community anvertraust Marcel Mach dich bitte stark, dass ich diesen Pullover bekomme Ich brauche diesen Pulli, Marcel Am besten vor Weihnachten Ufff Ne Schnippa Ne Schnippa Ne Schnippa Ne Schnippa Horikanhost auch noch Ufff Holy Shit Wie geil ist das? Mal ein bisschen Elite mal ein bisschen gegenhalten hier Hori Danke für den Host, Bro Danke, dass du mir deine Wundervolle Community anvertraust Kuss aufs Auge Ich weiß nicht, was du jetzt noch machst Aber ich küsse dich Bitte Liebe in den Chat Für die beiden, die gehostet haben Sehr, sehr geil Oh, im Schott Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es Es kann nicht nehmen, ruhig, ich bin rollen, rollen oh 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 jetzt was heute g 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 bonze du geile stück existenz mit deinem cheerpatch was mehr leuchtet als meine haare ich grüße dich mein lieber schön dass du da bist komm im string richtige wurstfänger durchaus aber sie reichen sie reichen aus brudy für das was sie sollen ja ist ja gut brudy ist sie gut ok ja 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 die kannst du auch nicht machen da vorne ist einer ich muss mir erst den links holen dann dann auf den zu rennen dann den holen das ist der plan das ist der plan wo bist du wo bist du mein sohn ne 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 ah leichen wo ist der aus der stadt ah da vorne ok komm wir holen ihn und zwar machen wir das so wir bauen uns ein kleines stück nach oben dass wir ihn anvisieren können also wir holen uns den Heiko und schießen ihn dann ab oh mein gott das war so schlecht holy shit ah fuck komm schon komm ja ja komm fresse junge fusten halt na kein schild mehr brudy komm komm jawoll sehr gut wo bist du mein sohn nenn sie ich lieb goldene raketenwerfer und hat nichts damit gemacht ja moin ja 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 ha da oben war der aber 11 rockets haben wir 150 ist gut wir haben halt jetzt nicht mehr die mini schilde ich will auch den raketenwerfer nicht legen lassen wir müssen das jetzt drehen vier leute noch frage ist ob ich einfach so chillen soll ganz entspannt in die zone gehen soll weil eigentlich kommt es jetzt drauf an wer sich den kill schnappt wenn einer unvorsichtig ist das könnt ihr euch merken leute bleiben alle da wo sie sind und dann ach du scheiße holy shit also die rüstung äh genehmige ich mir dann durchaus nochmal Algier mappi moppi oh das war da knapp so warte mal zwei leute einer ist glaube ich da vorne der andere da hinten zone geht wieder ein stück zusammen wir haben 19 raketen wo schießen wir hin wir heilen uns glaube ich erstmal mit den 17 hp eigentlich muss ich beide gegner kriegen dass wir noch auf zehn kills kommen weil game ohne zehn kills ist kein mickey tv oder also von daher weh du nimmst mein kill weg muss beide killen easy oh mein gott oh mein gott ja guck mal da ist er 101 bitch goldene scar bist du in der zone brudi was machst du denn da also wirklich so nicht bist du nervös mann der arme guckt ihn euch an er war ein bisschen nervös der arme also ein bisschen in der zone ich weiß nicht wie ich rennen soll ich krieg die betaste nicht mehr gedrückt